Musik Guten Tag meine Damen und Herren, ich freue mich. Die Sommerzeit ist vorbei. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Und heute habe ich einen meiner Lieblingsgäste hier. Er heißt Jörg Knorr. Ich war auf Sylt, Silvester. Dann hat er mich gesehen im Restaurant. Und da dachte ich, er hat Inge Meißel mitgebracht. Hallo Jörg Knorr. Guten Tag, schön, dass du da bist. Hat alles geklappt von Hamburg nach Berlin? Hast du Jetlag? Jetlag hast du nicht? Ich habe nur so ein Zugbein. Ich habe so ein Zugbein. Ich habe auch Zugsalbe drauf getan. Das ist ja das Schönste überhaupt, seit ich in Hamburg wohne. Ist es ein Riesenvorteil, dass man Berlin im Prinzip auch mit als, in Anführungsstrichen, zu Hause hat. Ja, es geht schneller. Ja, total. Ich war vorher 20 Jahre in Köln. Und ich liebe Berlin, weil das so inspirierend ist. Und jetzt ist es natürlich jederzeit zu haben. Du kannst morgens weg und abends wieder nach Hause. Und hast eben kein Jetlag. Überhaupt nicht. Wie kommt das denn? Ich fahre auch wahnsinnig gerne Zug, wenn ich ehrlich bin. Da kann man sehr viel... Ich liebe das auch. Du magst auch Zug, ne? Aber ich bleibe nur im Speisewagen, wie man es sieht. Ja, mittlerweile kann man da ja essen. Ja, habe ich gesagt. Früher war ja sehr schlecht. Der Speisewagen, da wusste man früher ja, warum er mit der Silbe Spei anfängt. Silber? Mit der Silbe Spei. Was heißt das? Spei heißt Spucken. Weil es so schlecht ist. Ja? Ja. Aber ich habe ganz gut gegessen. Ja, ne, machen die ja mittlerweile gut. Mittlerweile sehr gut, gell? Ja. Sag mal, meine Damen und Herren, was ganz Wichtiges, weil ich wirklich ein Fan von ihm natürlich bin. 11. bis 13. Oktober, nicht vergessen, im Tipi am Kanzlerzelt. Und das ist ein wunderschönes... Aber wahrscheinlich kennst du das, ein wunderschönes Zelt. Man kann Kleinigkeiten essen. Es ist eine wunderbare Bühne. Man sieht von jeden Plätzen aus. Und Berlin freut sich natürlich auf Jörg Knorr, dass er drei Tage in Berlin ist. Also kaufen Sie sich Karten, bevor es zu spät ist. Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass diese Location ist... Ich kenne sie ja auch selber als Zuschauer. Ich finde, die ist der schönste Spielort für die Art von Show, die ich mache. Ja, das stimmt. Denn du weißt, ich beobachte, so wie du, auch immer die Prominenz, was uns unterscheidet. Ja, was unterscheidet uns? Uns unterscheidet, dass du diskreter bist als ich. Und bei mir ist die Indie... Und wahrscheinlich bin ich Prominenter, ne? 98 Prozent der Deutschen kennen den Namen Udo Weiß. Ja, die wissen nur kein Gesicht dazu, oder? Ach so. Nein, nein, die kennen den Namen Udo Weiß, natürlich, klar. Das ist... Aber dann muss ich dich ins Repertoire aufnehmen, weil das ist für mich... Ich dachte, ich bin schon. Na, in Berlin gehört es dazu. Du könntest mich auch ein bisschen hochnehmen. Das tue ich auch. Also, schwarzen Humor liebe ich. Ja. Also, du könntest auch einen schwarzen Humor bei Udenauer. Aber schwarzen Humor, das ist Roberto Blanco. Ach so. Und darüber reden wir auch, Abmigung. Jetzt geht er richtig los. Redest du über Ingel Meißel auch? Du willst diese Ingel Meißel, ja, natürlich. Ja, bitte. Na, Inge kommt immer. Du bist ja so ein dummer Junge, weißt du. Also, ich muss ja sagen, Udo Weiß, also ich habe ja immer bei ihm als kleines Mädchen auf seinem Schoß gesessen. Da reden wir nicht über das Alter oder was andersrum. Ich habe keine Ahnung. Da geht mir mein Herz aus. Ehrlich? Ich war ja gut befreundet mit dir, weißt du das? Nein, das weiß ich nicht. Sehr eng. Und sie konnte aber auch sehr böse sein. Zu mir nicht. Also, aber wir haben mal diskutiert im Lokal. Da saß einer von der Bild-Zeitung, der hat das eins zu eins abgeschrieben. Sie hat auch manchmal böse Dinge gesagt. Einmal war ich sehr glücklich. Ich habe vier Flaschen, wie heißt das, Wasser getrunken. Du sagst ja, du bist Diabetiker, du hast Zucker. Ich sage, Inge, das bist typisch du. Na, das ist ja auch so. War so. Ich bin immer so die Mutter der Nation. Ich war so fürsorglich. Und jetzt verrate ich dir was. Ich hatte ja selbst zwei Ärzte, Udo. Ich hatte einen alten und einen jungen Arzt. Und zum Alten ging ich immer, wenn ich krank war. Und zum Jungen, das kannst du dir denken, immer wenn mir was fehlte. Du weißt, was ich meine. Ich bin begeistert. Sag mal, jetzt müssen wir wirklich über dich reden. Dein aktuelles Programm heißt Wip Wip Hurra. Genau. Wip Wip Hurra. Die Bühne verhandelt sich in einem Fernsehtv-Studio. Was heißt das? Das heißt, dass man, wenn man die Bühne erstmal sieht, bevor ich auf die Bühne komme, hat man das Gefühl, man sieht die Kulisse der alten Harald-Schmidt-Show. Du erinnerst dich, der hatte so eine Late-Night-Show bei Sat.1. Ja, ja, ja. Und so sieht das halt aus. Weil ich dachte, wo ist das, was ist die Umgebung, in der man von Udo Lindenberg bis Mario Barth, von Angela Merkel bis, wo man all diese Leute präsentieren kann. Und jetzt musst du dir vorstellen, wie ein Mauerwerk in einer alten Fabrik. Und im Hintergrund ist eine nächtliche Stadt zu sehen. Und dann habe ich, was auch für mich mutig war, für ein Live-Programm, einen riesengroßen Fernseher, einen Flatscreen. Aber der wird auch interaktiv eingesetzt. Das heißt, alles, was sich gerade tut, auch hier in Berlin zum Beispiel, kommt auf die... Also du bist tagesaktuell eigentlich auch. Sollte der Flughafen spontan eröffnet werden? Noch am 11., 12. oder 13. Wir hoffen alle nicht. Na, da sagt aber Desiree Nick, ich bin ja eingeweiht. Ich kann ja sagen, wo, wie weiß es ganz genau. Ja, wir freuen uns, dass Tegel bleibt. Das ist... Weil das so nah ist. Ja, ich finde es ja auch. Und du musst nicht so weit laufen. Ein Blödsinn ist das eigentlich. Hast du denn eine Idee schon, wie viele du Stimmen nachmachst? Ich habe keine Idee, ich weiß es sogar. 71, 71. Wie bereitest du den ja auf deinem Programm vor? Also an den Tagen. Machst du dir Ideen oder lässt du das so laufen? Floating, sagt man jetzt modernerweise. Du lässt es floaten? Aber floaten ist schon gar nicht falsch. Weil ich merke, wenn du... Also wenn man sich was vornimmt, ja. Wenn du dir vornimmst, das kennen ja alle Kreativen. Ich schreibe heute einen Hit oder ich schreibe ein Lied oder ich muss mir heute drei Gags überlegen. Da kannst du sicher sein, das passiert nicht. Wenn du laufen lässt und wenn man ohnehin immer... Du hast ja auch, wenn du durch Berlin, über den Kudamm läufst, dann siehst du einfach, welche Leute, wo du sagst, die müssten mal zu mir in einen Salon. Du bist einfach in deinem Beruf auch, gehst du auf. Du siehst, die könnte viel besser aussehen. Die macht nichts aus ihrem Typ. Und so habe ich immer den Blick in der Zeitung für das, was mich anspringt. Ach, das wäre jetzt mal ein Thema. Oder mal eine neue Type, Ursula von der Leyen. Die ganze Zeit war nichts mit ihr. Jetzt ist sie plötzlich auf der... Das ist dann wieder so, da greife ich zu. Da greife ich zu. Bin sehr dankbar, wenn irgendwas kommt. Uli Hoeneß, eine ganze Weile nichts gehört. Jetzt kommt er mal aus dem Knast. Jetzt muss ich mir Uli Hoeneß nehmen. Natürlich. Frau Merkel ist daraus. Nein, die muss sein. Ja. Einmal, weil ich ja in Berlin am Kanzleramt auftrete. Ah ja, richtig. Da muss auch die Angela kurz vorbeikommen. Ich sage es ihr. Ja? Ja. Ja. Kennen Sie. Und Angela und ich, wir haben ja am selben Tag Geburtstag. Das ist ja das Verrückte. Das ist ja noch nicht so lange her. 17. Juli. Ja, und du tourst 200 Tage durch Deutschland immer. Ja, das habe ich mal so gesagt. Ist das nicht so. Weil du warst ja in den 90er Jahren in jeder großen Fernsehshow. Machst du dich ein bisschen rar oder was ist? Also das ist natürlich die, ich sage mal, charmanteste Art zu fragen. Nee, zu antworten. Zu sagen, ich mache mich rar. Ich brauche ja eine Fliegenklatsche. Die rufen ja jeden Tag an, die ganzen Produzenten und die Sender und das ZDF. Und dann stelle ich auf Anrufbeantworter. Ich will ja gar nicht ins Fernsehen. Ach so. Nein, natürlich will ich ins Fernsehen. Ja, klar, jeder will. Ja, aber das Problem ist halt, ich sage mal im deutschen Fernsehen, ich will da auch nicht in Lammoyant sein, aber es ist halt ein Problem mit dem Alter, weißt du. Die sagen im Prinzip, sie wollen eigentlich genauso einen Entertainer, einen Showmaster haben. So das, was ich über die letzten 30 Jahre gelernt habe. Aber dann möchten sie das aber in 20 Jahre jünger. Das Blöde ist nur, das geht nicht. Das Blöde, ich finde, es gibt ja einen Sender, der alles umstellen will auf Jung. Das ist natürlich viel der Quatsch, gell? Also die Jungen, ich sage immer, die Jungen sind schneller, die Alten kennen den Weg. Und die den Weg, ist doch schön gesagt, ne? Ja, super. Und die den Weg kennen, die sind natürlich besser. Also das finde ich nicht. Aber ist es denn schwer, neue Opfer für deine Shows zu finden? Jetzt mal ganz ehrlich. Es ist, ja. Weil die Zeiten ändern sich und es gibt ja heute viele Leute, die aber ganz schnell wieder weggehen, ne? Als so richtig große Fernsehstars. Ne, das ist auch, also es muss ja etwas sein, auch an der Figur, wenn ich sie jetzt parodiere, von der Stimme her, dass sie so typisch ist, dass man die Augen zumacht und weiß, wer es ist. Ja, also es gibt ja Leute, die kennt man, Sigmar Gabriel in der Politik beispielsweise, aber keiner weiß... Ja, kenne ich nicht. Nein, aber niemand weiß, wie die reden. Wenn ich die Augen zumache, bist du nicht das Älteste. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber bei mir ist es auch so, dass ich mich mittlerweile eher beschränken muss. Meine Show dauert ja nur zwei Stunden, also nur ist gut, es sind zwei Stunden. Donnerwetter, Kompliment. Ich mache manchmal drei. Und manchmal mache ich, je nach Publikum, ich sage mal, so lange, bis es gefällt. Meine Damen und Herren, denken Sie dran, von 11. bis 13. Bleiben Sie dran, jetzt will ich auch alles vom Privaten Jörg Norr wissen. Wir kommen gleich wieder.